Hallo, ich bin Andreas. Schön, dass ihr da seid. Heute machen wir einen sommerlichen Smoothie und zwar mit Banane, lecker Wassermelone und Schuss Zitrone. Als erstes nehmen wir die Wassermelone. Dann die Banane. Bisschen Viertel Zitrone in den Sachen. Für die Frische und etwas Wasser, damit das Mixwerk anders greifen kann. Und dann mixen wir jetzt. Jetzt ist das Smoothie fertig. Und wie ihr sehen könnt, ist das alles schön sämig geworden. Schön rot. Und wie ihr schmeckt. Prost. Sehr lecker. Frisch kann ich empfehlen. Können auch mehr Zitrone dabei machen und auch andere Früchte. Was mir einfällt, als zum Beispiel halt Banane und dann halt Wassermelonenbezuordern und Fleisch. Vielleicht noch Kiwi oder so, was ihr halt gerne mögt. Schmeckt sehr lecker. Kann ich empfehlen. Und was das Video gefallen hat, drauf hoch, was nicht, drauf unter. Und der Kommentar ist immer gewünscht. Vergesst mich nicht, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das gerne machen. Auf Abo klicken und auf die Glocke aktivieren, damit ihr auch immer was wisst, wenn ihr neue Videos hochgeladen habt. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr mir zugeschaut habt. Und dann tschüss. Schönen Abend noch.